Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Modellbau 360. Wollt ihr alles über Plastikmodellbau wissen, neueste Entwicklungen, Trends, Gerüchte und aber auch aus ungewöhnlichen Perspektiven Berichte erhalten über die Welt des Plastikmodellbaus, dann seid ihr hier richtig. Wir stellen euch Bausätze, Werkzeug und Persönlichkeiten vor und die Geschichten hinter dem Plastikmodellbau. Das Besondere an unserem Kanal ist, dass wir das in verschiedenen Formaten euch bedienen. Nämlich, wir haben einmal den BOOTALK. Das ist unser anarchischer Modellbau-Talk mit Daniel Sisslow und meiner Wenigkeit Bertolt Tacke. Und zwar 19.30 Uhr jeden zweiten Mittwoch. Und im Wechsel dazu der Plastikmodellbau-Livestream 1930 mittwochs und samstags. Also zweimal die Woche 19.30 Uhr. Aktuelles und Spannendes zum Thema Plastikmodellbau. Also jetzt nicht vergessen, den Kanal Modellbau 360 abonnieren und dann Spaß haben und Teil der Community werden. Cheerio, euer Bertolt.